Dr. Cross Weg will ich sagen, eure Videos sind typisch Schrott Keine Ideen, einen fällt's los, aber der Beat ist top Ihr habt ein Konzept, das sich durch Video zieht, indem ihr Leute hinführt Ein Teil wie innovativ, gepaart mit Zähnen, mit Salz, Steuer und bisschen Sprengstoff Nennt ihr das heftiges Video, ich nennt das bisschen sehr lust Ironischerweise habt doch immer was da zum Ballern mit zum Kompensieren Dass eure Runden einfach nicht der Knaller sind Eure Videos sind nicht grad das Echte, aber den Boden würd ich auffilmen Hätt ich so eine Kratosfresse Warum heißt ihr Zecken bis der Klärzimmer, weil ich's echt nicht peil Weil im Vergleich zu Zecken bis bei euch nichts hängen bleibt Ihr seid so special, kein Plan, wie ich das hier in Worte fass Vielleicht kommt ihr ja nächste Runde mit nem Korbi dann Ihr langweilt alle, seht zu, wie ich euch hier mit Punches fetze Eure Runden sind so spannend wie Bongas ganze Angriffsfläche Hey, krasses Videokonzept Ihr habt deine Plan, aber nicht die Eier für Rap Kam die Lehrerin an, ihr seid so dreckig spannend In Worte klasse, so ich hab mal unser Video an Wow, krasses Videokonzept Ihr habt deine Plan, aber nicht die Eier für Rap Kam die Lehrerin an, ihr seid so dreckig spannend In Worte klasse, so ich hab mal unser Video an